So meine Freunde und willkommen zu meinem weiteren Part Let's Play Pokémon XD Der Dunkle Sturm The Overhype Project No, ähm, wir sind auf jeden Fall hier wieder in Eremite, denn ich hab etwas Lustiges vor Nein, ich bleib einfach ein Pokémon mal wieder zu uns ins Team integrieren bzw. von den Abonnenten ins Team zu integrieren Äh, ein Abonnent in unser Team zu integrieren, so, gut gesagt, schlecht gesagt So, ähm, es tut mir leid, ich hab jetzt ungefähr seit einem Monat nicht LP'd, ja, kaum zu glauben, kann man wirklich nicht glauben Ähm, ich hatte ein paar Sachen auf Vorrat, ein paar Sachen auf Vorrat und ein paar Sachen auf Vorrat, ja Von daher musste ich nichts drehen und konnte einfach sagen, äh, klick, hochladen, fertig Nein, aber der Zero ist mir jetzt wieder da und hat aber wieder Bock bekommen, ich hatte irgendwie keine Zeit die ganze Zeit Kam nie dazu, aber ich hatte ja ein Vorrat, deswegen habt ihr es auch schlecht gemerkt Genau, wir wollen nämlich Knilz hier erstmal zu unserem Team integrieren Und ich habe jetzt ungefähr den Part hochgeladen, ähm, wo ich gefragt habe, wer ein Pokémon sein will Und das habe ich bewusst gemacht, sagen wir mal so Denn, ähm, viele haben mich gefragt, ey Zero, komm, wann werde ich jetzt endlich ein Pokémon, wann werde ich ein Pokémon Das Ding ist, meine Freunde Ähm, ich kann ja nicht in jedem Part ungefähr ein Pokémon erlösen Ich weiß, es gibt viele Leute, die Kommentare schreiben, es gibt auch viele Leute, die das Projekt lieben und gucken Aber das Ding ist, ich kann nicht jeden in diesem Projekt teilhaben, sagen wir mal so Denn, ähm, ich, wie gesagt, es kommen noch viele Pokémon Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall alle noch ein Pokémon Das Ding ist, zur Zeit sind es noch nicht so viele, die ich jetzt zu, ähm, Pokémon machen kann Von daher werde ich erstmal die Leute rausnehmen, wo ich wirklich hinaussehe Zum Beispiel, wo ich wirklich sehe Dass die wirklich mich unterstützen wollen Wirklich geile Kommentare schreiben Und das werde ich dann einfach, ich sag mal, vor anderen vorziehen Die einfach sagen, ja, ich will ein Pokémon werden Deswegen, wenn ihr wirklich geile Kommentare schreibt Zum Part, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen Was kann man besser machen Oder einfach nur, das war like a mouth Oder irgendwas, was richtig chillig ist Deswegen, über sowas freue ich mich Aber einfach zu sagen, ja, ich will ein Pokémon sein, weil ich kein Pokémon sein will Deswegen, das ist zwar nett von euch Ich weiß, jeder will eins sein Und man muss auch sagen Es gibt viele Abonnenten, die auch keine Kommentare schreiben und keine Wertung machen So einer bin ich damals auch gewesen Beziehungsweise bei mir Lieblingsspiel damals Ja Und das Ding ist einfach Ich weiß auch nicht, warum Ich weiß auch nicht, warum man das nicht macht Aber man kann trotzdem den LPR lieben und alles mögliche Aber der LPR sieht es leider nicht Der sieht es nicht Wenn ihr es trotzdem sein wollt Von daher wird dieses Pokémon Der gute, 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 gute Pixelpoint sein Weil, wie gesagt, er ist mir In letzter Zeit auch bei mehreren Projekten aufgefallen Deswegen und Wie gesagt, für dich gegrüßt nochmal, Pixel Wie gesagt, ein sehr, sehr netter Abonnent Aber keine Sorge, Leute Wie gesagt, ihr kommt alle mal dran Ich hab mir, wie gesagt, es gibt irgendwie 83 Crypto-Pokémon Und ich glaube ungefähr Wie viel gucken? XD 50 Leute, 60 Leute Und da haben wir noch 20 Leute plus Die vielleicht noch irgendwann kommen Von daher passt das Also kriegen wir es so hin Deswegen keine Angst Und falls ihr irgendein Wunsch habt Weil ihr irgendein bestimmtes Pokémon sein wollt Lasst es mich wissen in den Comments Damit ich Ähm Schon mal hervorgewarnt bin Genau Sagen wir so Pixelpoint Passt ganz genau Eigentlich noch 0,5 Aber Naja Lassen wir es so Wie es ist Gut Ende Ein Knilz Ja, Knilz ist ein sehr geiles Pokémon In der dritten Generation Typ Pflanze Später Pflanze Kampf Wird physisch gespielt Als Knilz Auch leider speziell Aber Ist egal Wir können es auch bald entwickeln Gucken wir uns mal das Knilz allgemein an Von den Stats Die habe ich mich gar nicht berücksichtigt gerade Ähm Joa Angriff Spezialverteidigung Joa Geht eigentlich Muss man sagen Aber durch Mega Sauger Werde ich das Ding einfach speziell spielen Zunächst Bei Mega Sauger Das macht 60 Schaden Das macht insgesamt mehr Schaden Als der physische Angriff Wolltoball weiß ich nicht Wollte ich das drin Ich glaube das habe ich im letzten Vorletzten Part gefangen irgendwann Ich bin mir nicht sicher Reimatschor Auf jeden Fall meine Freunde Ähm Vielleicht merkt ihr Dass ihr die Mikro-Mont-Qualität Ein bisschen zugenommen habt Ähm Ich habe einfach ein bisschen Am Mischboll rumgespielt Und habe einfach gemerkt Oh Sehr Deine Stimme klingt ja Rotteschar Wenn ich das Nummer ungefähr einstelle Und Da habe ich mir einfach hochgegeben Und hab gesagt Ja komm Dann lassen wir es gleich so Und Ja Ähm Wir werden das immer so machen Ich nehme immer ein Pokémon Von der Box Wo ich glaube Bock zu habe Das ist zu schrinieren Und das machen wir dann einfach mal Äh Ich habe gerade ein bisschen Lust auf Wen haben wir gerade noch Mh Wen habe ich denn im Kryptobiss Ich weiß es gerade gar nicht Guck mal eben Unsere Föhren rein Da haben wir ein Kamob Oh Kamob Da habe ich richtig Bock drauf Ey gerade Komm her Kamob Sofort ins Team Kamob ist ein sehr geiles Pokémon Finde ich sehr nice Ähm wir legen Irgendwie ein Pokémon ab Ich weiß nicht Nö wir bleiben erstmal bei voller Besatzung Bei 5 Stück Einfach aus dem Prinzip Pfff Weil ich einfach keins gerade ablegen will Sagen wir mal so Wollen wir nicht eine Heilung Irgendwelche Items zum Kaufen Nochmal nicht Sehr schön Die Holzkohle können wir natürlich auch Ähm logischerweise Unsere guten Eule Franz geben Äh der eigentlich Andi heißen wollte Glaube ich Oder sowas Ich glaube das war Andi Ja I'm that sure Auf jeden Fall Ähm geben wir die Oh Gott ich wollte gerade sagen Nicht benutzen Boah Leute So Damit einfach die Feuertag noch ein bisschen mehr Schaden macht Das war also gut Und das ist sehr schön Der Hund ist da Ja Mixed-Type spielen kann Und von daher Ich spiele es ja speziell Von daher passt das eigentlich sehr schön Mit Holz und Glut und blablablablabla Und ich lese immer wieder vorsichtig Und wir wollen natürlich auch gleich weitermachen Nach dem random Talk Wollen wir weitermachen Hier im Pokémon XT Der dunkle Sturm So Wir sind in Pirates Das letzte Part gewesen Beziehungsweise sollten da hin Und sollten Ach keine Ahnung Was sollten wir da eigentlich Ach kein Plan Auf jeden Fall Irgendwie müssten wir hier hin Das habe ich irgendwie mitbekommen Ähm By the way Ich habe irgendwie schon mal Vor fünf Wochen Ne Vier Wochen Drei Wochen Irgendwie Mal probiert Mit dem Pokémon Sensor Ich habe auch mal aufgefüllt Den Wüsten Sensor Weil da ein Pokémon war Welches es war Will ich natürlich nicht erzählen Das wird natürlich ganz random Nochmal hier Im Let's Play dann Gesehen Sag ich mal Beziehungsweise Dann wird das so gezeigt So Oh my god Sie haben damit Ich habe nicht gerechnet Dass es das so gibt Deswegen Gut Wir müssen wieder In Oms I'm not short Ich glaube Oms hieß das So beweise ich noch Auch wenn es schon wieder Monat her ist Oh Es gibt Schwierigkeiten Ein paar Zivilische Typen kamen Reingeschnitten und haben Xayo Das Mädchen Am Empfang entführt Ui Okay Oh Wir haben Wichtiges zu tun Der Pokémon Sensor meldet sich Tschüss Wir wollen nicht die Welt retten Wir wollen jetzt einen Poképlatz Leermachen Das ist wichtiger Hallo Wenn mein Kuchen weg ist Wenn mein schöner Zitronenkuchen Aufgegessen ist Dann gibt es aber ein paar Vor die Ome Da kommt hier Bodybuilder Outenlamp Und macht dich kaputt Ja der gute Arten Der hat mich auch nochmal Beziehungsweise per PN Angeschrieben Liebe Grüße auch mal an dich Ähm Erkann zurzeit Könnte Kommentare schreiben Das werde ich aber berücksichtigen Dann Ähm Ihr könnt es auch so rum Ihr könnt ja jetzt in die Kommentare schreiben Wo könnte es sein Höhle Oase Oder Wüchse Ich sag einfach aus Prinzip jetzt Höhle Einfach aus dem Prinzip jetzt Weil sie einfach mal Random mäßig raten will Und Boom Catch Bin ich nice ey Ein motherfucking Batman Zubart Geil So Leute Das heißt wir können schon wieder ein Pokémon fangen Denn Zubart ist ein wildes Pokémon Das kann man in diesen komischen Poképlätzen sich auch holen Man kann ganz normal ne wilde Pokémon nicht treffen Und das ist natürlich mega special awesome Und er macht auch flüge schackt Oh das könnte ein bisschen Schaden machen Bisschen sehr viel Schaden Ah Pixel Hör auf Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Trugschlag komm Okay das macht gar nix Mann Macht gar nix an Schönen Ja und Zubart ein Segel des Pokémon entwickelt sich am Ende zu X Bad dem Motherfucking Batman Der Ich bin Batman Ich bin Batman Okay werfen wir ein paar Pokéball Das ist kein Kreiber ist einfach ganz normal Pokéball Der sehr schnell Batman Nervt nicht Nein Pixel Noooooooooooo Pschuk Und by the way my Freunde ich arbeite zur Zeit an einem kleinen Zwischenprojekt Was ich gegen keine Ahnung wann hochladen ich weiß nicht wann aber Es kommt noch ein sehr chilliges Projekt beziehungsweise ein Projekt auf was viele warten Und zwar ich sag mal ein Tipp Nougat blutig Ne also wer es da raten kann Er ist so wirklich leicht im Bauvorfall Muss ich ja echt sagen Deswegen also ihr könnt es gerne in die Kommis schreiben Beziehungsweise die Leute die es schon so ne Ahnung haben Also Guck mal, da ist man mal so vertieft, der und dann tötet man einfach so ein Filz-Buckmann, was man eigentlich fangen will. Ah gut, er hat nichts gefressen, doch einen hat er aufgegessen. Gut, nach diesem kleinen random Ding wollen wir jetzt viel nach Piratus. Also ich habe schon mein Handy rausgeholt, um zu gucken, wer ein Burgmann sein wird, aber... Nö, 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 das wird dem Zero nicht fettkühlt, einfach mal hier nachzugucken, wenn das Ding nochmal klingelt, ne? Ich sag euch, ne? Dann, ähm, werde ich ein Video machen, wo ich ein BH trage und einfach mal random, einfach nach einer Ballerina-Tanz, genau. Wenn jetzt noch einer kommt, mit einem in dem Gebäude hier, gleich am Anfang. Ah, gut, Glück gehabt, haha, ihr könnt mich nicht, ihr könnt mich nicht. Okay, ähm... Nö, warte... Nö, warte... Der Typ ist so breit, der versperrt mir den Weg, ey. Boah, lag... Nein. Nein. Nein! Ich habe das nie gesagt. Ich habe das nie gesagt, Leute! Ich habe das wirklich nie gesagt! Ihr könnt me gar nichts anhaben, ey. Wenn jetzt jemand kommt... DOOOOOOOHHHHHHHHHHH! ... ne ne das war ich, das war ich... Boah, alai. Irgendwie wusste ich das. Irgendwie wusste ich das. Ich habe... In dem Fall, wo ich es ausgesprochen hab, wusste ich schon... Fuck, alter. Geh still aus dem Haus raus. Steh aus dem Haus raus, ey. Äh... Wüste oder Oasen? Ich denke einfach mal Oasen. Oh man! Boah, like a Malfoy! Richtig chillig! Und es ist ein Hopspross! Keil! Eule, Franz und Pure Right! Chillig! Haha, chill! Gefällt mir! Ein Hopspross! So, Voltilam! Ähm, was tötest du nicht? Das ist flug! Arr! Würde mir alles töten, glaube ich! Guck mal, Dönerwelle machen! Ihr nehmt den Geschmack von Krautsalage! Okay, ich weiß auch nicht! Oh, Junge! Okay, Hopspross greift mich an! Ganz böse, böse! Ich guck grad schon wen ich hier benennen kann! By the way, also es gibt auch diese 83 Pokémon und dann gibt's eben noch 15 Pokémon extra, das heißt es gibt noch mehr Pokémon und ich benennen kann! Einfach ganz random! Okay! Und ich nehm jetzt einfach hier ganz random! Ihnen, Ihnen, oder? Man muss was fahren, dann sind wir auf dem Fluss und meine Mutter wird alle wassagen, wem den Allo Besten aus! OAH! DU BIS RAUS! Okay, ich hab hier ein! Und das ist... Das ist... Okay. Okay. Das war jetzt wirklich ganz random, Leute. Ich hab hier niemanden bevorzugt gerade. Einfach so, ich hab eine Runde gescrollt und eh ne, eh ne Mara Moos. Pfand einen Siegmann auf dem Floß. Was war das andere? Meine Mutter sagt einfach, wer die allerbesten ist. Und du bist raus. Wer das kennt, schreibt in die Kommis. So, ähm... Dark Night? Dark Night? Ich weiß nicht. Dark Night? Ich nenne ihn aber Dark Night. Das wird eigentlich... Oh ne, das hat eigentlich voll zu Batman gepostet. Super, Alter. Nein! Dark Night Blast XXX wäre es gewesen, aber... Hier kürzen wir dich einfach ab mit... Dark Night. So, ähm, für dich gegrüßt, wie gesagt... Ähm... Genau, einfach mal ein Hauptspross. Genau, einfach mal ein Hauptspross. So, und der Zero hält sich nicht an seine Wette... Oh. Auf keins meine Freund, ich sollte wieder nen Kuchen hinlegen. Denn es gibt ja noch andere Pokemons! Oh, ich hab keine Kuchen mehr. Ich sollte wieder Kuchen kaufen. Ah, Käsekuchen. So, ähm... Jetzt kämen wir mal nach Pirates los. Und... Diesmal macht er Zero... Okay, ich mach nochmal ne Wette, komm. Wenn ich... Wenn das Ding jetzt piept, innerhalb des Raumes wieder aufs OMS Gebäude... Dann werde ich euch verraten, welches Projekt... äh, kommt. Genau, dann werde ich euch verraten, welches Projekt kommt. Genau, dann werde ich... Okay, das ist nichts Großartiges, nicht irgendwas mit Tanzen und... Nackten... Beharrten Körper und sowas. Na, das ist schon wirklich ganz spektakulär. Der Typ ist immer noch so breit, wir kommen immer noch nicht durch. Und... Lalalala. Oh Gott. Mann, ich hab ja echt gedacht, das passiert wieder. Aber nein, da kommt hier nur so ein Krypto-Heidi. Bupsi-Butsi-Buh. Ah, Brett! Brett! So, Krypto-Knecht Brett will kämpfen. Und er kommt mit einem Karnivana und einem Schmerbe. Schmerbe ist ein Wasserbogenmon. Karnivana ist ein Wasserbogenmon. Wird später zu Wasser und Licht und zu Wasserboden. Ja, meine Freunde. Und ich glaub, Schmerbe ist schon Wasserboden. Wir können's ja testen. Donnershock, aber ich bin viel zu Mau-V-Grad dazu. Und ich mach einfach Fincher auf Schmerbe, weil das ein schönstepper kommt. Einfach geil aussieht. Boom! Sehr schöner Schaden. Donnershock. Symbolara. Na, da bist du geschockt. Boom! 22 für Symbolara. Wupp, 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 wupp. Geil. Okay. Läuft, läuft, läuft. Läuft wie Länderspiel. Lehmzula. Ja, wälzt dich nur mit Dreck, meine Freunde. Jetzt hätten wir ihn eh nicht angreifen können mit Donnershock. Aber da wir Erstschlag haben, durch die Initiative Boni würden wir ihn eh töten. Scheißegal. Ich weiß nicht, wie lange der Part ist, weil ich vorher ein bisschen randommäßig hier rumgelatscht bin und einfach keinen Anfang gefunden hab. Ihr müsst das wissen, wenn ich einen Part anfange, dann sag ich einfach Start. Und dann lab ich irgendeine Scheiß und dann mach ich wieder Nein. Ich glaub in irgendein Zelda-Part gehabt das mal. Da habt ihr mich voll lustig ausgelacht deswegen. Aber ist egal. Muss ich machen, sonst kriegt er sich hin. Auf jeden Fall. Ich nehm heute noch ein paar mehr Folgen auf. Ich hab grad richtig Bock, wie gesagt seit einem Monat nicht mehr LP' und von daher hab ich mir gedacht... Nein! Ich glaub der Part wird total gefeiert von euch, ey. Der Zero und sie wetten. Okay, wir waren noch in der Halle. Von daher werde ich mein nächstes Projekt ankündigen, beziehungsweise jetzt für euch preisgeben. Es wird Bloody Bloody Nasslock Challenge sein. Viele haben mich schon drauf angesprochen bzw. viele haben es auch schon gefragt und gesorgt und gesorgt und getan und gemacht und getaunten. Ich hab mal wirklich Bock wieder auf die vierte Gen. Hier hab ich schon seit 2000 und... Sechs nicht mehr gespielt. Ne, sieben. Sieben war's glaub ich. Sieben nicht mehr gespielt. Ich müsste es eigentlich wüsste sein. Und von daher wär's mal wieder Zeit meiner Ansicht nach für die vierte Gen für mich. Und ich hab wirklich Bock glaub ich, meine Freunde. Und... EIN SCORGLE! WTF? Junge! Mongo! Junge! Jawoll! Chillemille! Wasch geht ab! Ist das ein Shiny? Ist das ein Shiny? Ist das kein Shiny, oder? Ist das ein Shiny? Ne, ist das kein... Ne, ist das kein Shiny. Ich hab mir so... Warte, 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 ist das kein Shiny, ey. Boah, chillig, Alter. Ein Scorggler. Chillig, Vanillie, Junge. Okay, kann ich da... Wie ist der, wisst ihr? 20. Ja, komm, da kann ich auch mit Bodyslam einmal angreifen. Hier. Ramp... Oh, Herdner, komm, das wird ja echt recht überleben. Scorggler ist eh so ein bisschen dev-mäßig ausgelegt. Death-Angriff. Initiative geht eigentlich relativ geil. Scorggro ist ein sehr crass, krankes Pokémon. Von daher seht ihr hier. Hehehehe. No chance. Ein Bodenflug-Pokémon. Ähm, ja. Es wäre wieder ein geiles Pokémon, was vielleicht sogar an Steam kommt. Und werde ich mal gucken, ob ich richtig Bock habe. Das Scorggler ist eigentlich mega chillig. Und wie gesagt, ich werde gucken. Vielleicht kommt da noch ein... Ja, ja, ja. Ich habe schon die Idee, wer das werden kann. Auch ein sehr treuer Abonnent meiner Ansicht nach von mir. Nein! 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 Jetzt darfst du nicht critten! Geh auf zu critten! Oh, bitte. Das ist ein Volara. Bitte critten! Das ist so böse! Ah, danke. Okay, meine Freunde. Ich habe den entscheidenden Namen. Und zwar... Muss ich das Ding erst mal fangen. Ihr merkt schon, ey. Da ist immer noch richtig Bock, halt zu zocken. Und ich glaube, das merkt man. Schreibt einfach in die Kommentare. Habt ihr mehr Bock auf solche gute Laune-Parts? Ey, ich habe auf jeden Fall richtig Bock gerade. Ja, geil. Auf jeden Fall. Bloody Platy Nasdaq wird es werden. Es wird... Nein! Jetzt habe ich keinen Namen gegriffen! Ich raste gleich aus, ey. Ich raste gleich aus, ey. Boah, Junge! Boah, Mann! Okay, Leute. Ich glaube, es wird Zeit, den Part erst mal zu beenden. Der Zero muss ein bisschen runterfahren. Dann sehen wir uns auch gleich wieder. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Part. Da geht es kurz nach. Ich habe noch ein paarbergen. Wenn man das Kupen stetsche,